Und dir wieder geben? Ja. Verkaufen. Verkaufen. Genau. 6.000 T-Million. Hast du schon gehört, Mangel, erstellst du jetzt eine Kiste bei sich im Shop, wo nur du dein Brot verkaufen kannst? Hä? Ja, hab ich gehört. Ja, cool. Mhm. Boah, ich hab gerade voll diesen arroganten YouTuber Hohenkrebscreme auf YouTube eine Nachricht geschickt und hab immer noch keine Antwort. Boah, ist der arrogant. Gott. Boah, voll der Lappen. Ich hab's dem Brot da gefallen, danke, Ege. Ja, da ist die Seite nicht verfügbar. Versuch es doch noch einmal in einem Einwandsuchegriff. What the fuck, ich hab nichts gesucht. Hoho. Ich hab auf Hohenkrebscreme geklickt. Diese Seite ist nicht verfügbar. Derzeit kein Produkt mehr verfügbar, alles ausverkauft. Oh, weil die Kofu sind hier. Okay, ich bin wieder da. Es hatte gerade raus. Hat aufgefallen, dass ich noch nur 3 Spitzjacke hab. Ah, ja. Ja. Das hatten wir alle uns schon lange gefragt. Sie will nicht. Ach, man hat nur noch eine alte Fähne. Oder sie. Oder ich. Ist. Oder du. Oder du. Oder du. Ja, guck mal hier. Wo bist du denn? Nichts. Ich geister durch dein Haus. Kann ich nicht. Kannst du eigentlich Wellmisch machen? Nein, kann ich nicht. Bald. Wenn Katja irgendwann mal die Rechte fertig hat. Die Gruppen, dann kann ich das. Glückwunsch. Dann kann ich auch Gamehaut und alles andere. Wieder in der Sauna, ha? Das gefällt dir wohl. Oh, ja. Ich will auch so eine. Ich glaub, ich baue mir auch eine. Oh, Jessie, du hast weiß. Cool. Alter, kann dieser arrogante YouTuber mir endlich mal zurückschreiben, bitte? Nee, ich glaub, der schreibt dir nicht. Solange mit dir MTS ist. Ich mein, er redet mit dir. Was erwartest du mir? Boah. Ich glaub, das war noch zu wenig. Okay, ich will sagen, dass ich gehe. Nein. Ich werde die jetzt nicht zurückschreiben. Fade. Aber nachher. Ja, schauen wir mal. Ich find dein Schlafzimmer nicht mehr. Das ist einfach nach unten. Ja, ich bin nach unten hergegangen. Oder vorne? Ja, hier. Dann komm ich immer wieder hier hin. Hier, unten. Wo unten? Da, wo du gerade hochgekommen bist. Da hinten. Ach so, da. Bei deinem großen Fenster. Kuppel. Hallo. Ja, ja. Eben mit seinen Weibern. Oh, schön, hier. So, aber ich werd in meinen Keller eigentlich. Wie kommt man denn in deinen Keller? Darunter? Ja, aber da geht man doch nicht. Okay. Geht auch an dieser Seite, das wusste ich nicht. Okay. Und wenn du gehst, du musst immer schauen, dass die Tür hinter dir zu ist, okay? Okay. Weil hier sollen keine Unbefugten rein. So wie bei dir, immer die Tür hinter dir zu machen. Ja, ich hab dir ein Geschenk gemacht. Du hast mir ein Geschenk gemacht? Lass mich raten. Und er sagt, jawohl, ich hab nen Kopf. Ich dacht's mir vorher schon. Ich dacht mir, soll ich ihn dir klauen? Nee. Was? 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 Du hast nur zwei Köpfe von mir. Und einen hab ich. Und der in meiner Truhe. Ja, toll, ne? Du hast zwar nicht, warum zwei, aber ist auch okay. Von mir gibt's, glaub ich, drei. Stimmt, Kat hat mich einmal getötet. Ich wurde mal im Nether überrascht. Und damit ich meine ganzen Sachen wieder bekommen durfte, musste ich meine Köpfe hergeben. Damals war das nämlich nur irgendwie ein bisschen verwirrend im Nether mit Töten und so weiter. Warte mal. Und wie sehe ich aus? Hast du grad... Äh, verdammt verwirrend weiß ich nämlich das Rosa mit den Blumen und so weiter. Die überschneiden sich. Die sind nur noch da. Oh man. Ach, find'n wunderschön. Ja. Susanna ist mit Slime-Kopf, Vater. Wo hast du hier Sand? Am besten find'n ich immer noch den. Welchen? Welchen, wo bist du? Oh, ich find'n so traurig gucken. Ich hab' im Moment die Leute immer knuddeln. Oh, da bin ich mal wieder. Hallo, wer bist du? Laurin. Ah. Genauer. Du darfst mir nicht sauer sein, am Anfang hab' ich Laurin gelesen und dachte, du bist weiblich. Aber dann hast du gesprochen. Okay. Ja, gibt's ja auch als weiblichen Namen. Ja, deswegen. Ja, weil mir denkst du immer noch, ich bin weiblich. Ja. Du bist weiblich. Für mich bist du weiblich. Yay. Yay. Du bist ja auch weiblich. Ja, stimmt wie ich, alle Leute. Ich will hier mein eigenes Zimmer. Kann sein, dass man hier nichts farmen kann? Oh, klar doch, in der Upper-Welt. 200 Blöcke weg vom, 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 vom Upper-Welt bauen. Man kann nichts farmen in dieser Welt. Nee. Also hier gibt's nur Steine, oder? In, 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 in der, ja, in der richtigen Welt kannst du nichts farmen. Könntest du theoretisch hier eine Wohnung bauen? Ich glaube, ich mach' hier, ein, 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 ein Wohnungsobdachlosenheim oder so. Aber da muss man aufpassen, weil direkt dahinter ist nämlich schon wiederum der... Obdachlosenheim? Tunnel. Aua. 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 Ein Obdachlosenheim, ja? Dankeschön, findest richtig nett. Ein Asylbewerberheim. Arschloch. Schlaf in dein Bettchen. Ja, ich hab hier zwei. Pass nur auf, dass das TNT nicht hochgeht, ha ha ha, wenn du verstehst. Oh man, der war schlecht. Der war richtig gut. Der war richtig gut. Im Schlaf, plötzlich. Ne? Mhm. Ganz ohne Vor-, äh, Vor-, Vor-, Vorsehnung. Ja, und ich bleib liegen und du gehst vorher zufällig auf Toilette, ne? Mhm. 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 Ähm, ähm. Weil wir einen Grund für ein Mittelalter kaufen. Seit, wie lange ist Mittelalter? Auf den drei Tage circa, oder? Sonntag, oder? Ich denke. Kommt hin. Ich will, dass ihr endlich mal ein Messer GS macht. Ein Messer GS? Was? Ja, im... Was ist ein Meser? Im Meser-Biom. Für mich ist das ein Messer-Linie-Biom. Ja, für mich auch. Ich hab mal eins gefunden und komplett abgetragen. Hm? Ich hab mal eins gefunden und einen Berg komplett abgetragen. Hobbys und so. Hobby los. Ich hab das ja nicht alleine gemacht. Du kennst doch die Einbein, der Emme-Den-Biom. Achso, ja. Keine Ahnung. Der Daddy ohne Einbein. Wir waren ja den ersten Tag da auf Timoria. Und er meinte direkt, sofort in die Hölle zu gehen. Und direkt schon den Wither zu bekämpfen, damit wir ihn bieten kriegen. Also, musste ich dann mithelfen, diesen Scheiß-Wither per Hand irgendwie zu töten. Weißt du, wie anstrengend das war? Mit der Hand. Mit der Hand. Kein Steinschwert? Nee, das hat der R. Und du konntest dir kein eigenes leisten. Nein. Wie oft bist du gestorben? Gar nicht. Ich hab' ihn sogar besiegt. Jetzt lügst du aber. Nein, ich hatte wirklich besiegt. Er hatte den ersten Pieken. Ja. Aber ich hab' dafür mittlerweile vier. Ja. Rüchtest du die oder was? Ich hab' da so mit dem Schuss gemacht. Was? Ja, ich und Betty haben uns ja damals getrennt. Und das war ja so, wir hatten ja den Pieken da zusammen gemacht. Beziehungsweise, ich hatte ja dann nen Nether-Stern und keine Ahnung. Und dann, als wir uns getrennt haben, hat er sich dann, weil wir hatten das Geld, was wir bekommen haben, haben wir ein bisschen zusammengelegt. Hat quasi, hat er mir immer wieder was gegeben, weil er meinte, ja, bewacht das mal, sonst geb ich halt so viel Scheiße aus und kauf so viel Kacke. Wie im echten Leben. Ja, wie im echten Leben. Und dann war das halt so, dass, als wir das gemacht haben, er sich dann mit meinem Account eingeloggt hat, er sich dann das ganze Geld rübergewiesen hat, die ganzen Ärzte, und er meinte, okay, wir machen Hälfte-Hälfte. Und so, ja klar, gut. Erst kaufst du von meinem Geld dann ein Grundstück und jetzt machst du auch noch Hälfte-Hälfte. Aber ist ja auch okay, hat sich er dann alles wieder geklärt. Man kann keine Leitern abbauen. Okay, wie konnte er sich mit deinem Account anmelden? Weil er meine Einloggarten hatte, ich hab ja auch Weine. Achso. Okay. Äh, keine Sorge, ich hab's geändert. Ich wollte dich wieder nach unten. Ja, da kommt man ja gar nicht hin. So, danach muss ich... Nee, einfach nur... Nee, du musst einfach nur einmal mittig durchlaufen. Genau. Und sperr dich aus. Nein, Hoden, geh wieder los. Mhm. 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 Gehst du hin? Unten. Was machst du da? So. Erstmal wieder zum Spawn. Oh, ich hätte vielleicht... Oh. Ja, das hätte ich vielleicht noch. Hoch, Lebe, fischen sie fünf. Oh ja, das ist Effi fünf. Wusste ich auch nicht. Effi. Effi und Russi. Okay, Russi, Schwerti. Schatzi, Mausi, Berlin. Schatzi. Schatzi. Was los? Ich bin in der Kneipe. Erst bis fertig. Essen ist da. Genau, von Zalando. Zalando ist da, ja, genau. Jetzt der Lieferservice, 35. Ich fand die Zalando-Werbung, wo der Typ da ja die ganze Zeit so rumschreit, fand ich echt cool. Und jetzt halt die Werbung für die Männer quasi, die ist so, naja, total, na, cool, ne? Was ist dahinter? Kann ich das zubauen? Brauchst du das? Wo bist du denn? Ich denke nicht. Hier unten, Schatzi, hier unten. Das dann. Wenn das meine Frau hört, oder meine Verlobte, was willst du zubauen? Das hier. Was ist das? Das, die Stonebricks hier. Ja. Das muss bleiben, weil das ist nämlich der Drop-Ding. Ach so, hier sind wir. Sag mir das doch. Ihr beiden sind hier, seid ihr die Reichsten. Unter anderem. Im Chat jetzt vielleicht, aber normal nicht. Flash Money. Wie lange seid ihr schon verlobt? Seit, äh, boah, mit Sicherheit jetzt schon fast einen Monat. Keine Ahnung, drei Wochen. Oh, wie süß. Hast du sie gefragt? Ja. Oh. Wie lange seid ihr schon zusammen? Pff. Drei Wochen. Drei Wochen. Ne, schon länger. Das war noch alt Timolia, aber damals war sie ja mit jemand anders verheiratet, und deswegen mussten wir immer hinten rum machen, und ja. Was? Was? Ja, wir haben ein Verhältnis gehabt, aber sie war noch mit ihm verheiratet. Ich glaub mit Abesco oder so. Du bist mit Messer zusammen? Ja. Ich bin ja mit ihr verlobt. Ich hoffe nur ingame. Ja, natürlich. Reden doch hier von allem ingame. Nein. Nein, du bist nicht. Was? 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 Es liefst dich enttäuschen, es gibt auch eine reale Welt. Was? Was? Ah, ich bin jetzt so schnell, Hoden, hilf mir. Au. Au. Hat sich die reale Welt gebissen? Kunstprodukt ist auf Platz 7, der aktuellsten, reichsten. Ich bin nur auf Platz 14. Mir ist das egal, auf welchem Platz ich bin. Ich war mal Platz 7. Hey, ich bin jetzt eigentlich in der Abbruch. Nee, mir nicht. Ich will reicher sein. Hier kann man tatsächlich Sachen abbauen. Sieh wirklich? Ich ziehe die nächste noch aus. Ja. Wenn du 200 Blöcke läufst, dann ja. Okay. Dann lauf ich erst mal 2 Minuten weg. Und du bist scheiße. Hm, was ist los? Hier ist überall Gravil. 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 Sag halt, küsse. Nein, hier ist überall küsse. Küsse. Kann ich in der Abbauwelt und der anderen Welt zwei verschiedene Homes setten? Ja, klar. Ich kann 3 setzen. Ich kann 7 setzen. Ich kann. Ich habe es ja 2. Noch kann ich 7 setzen. Ist bald dein VIP aus? Nein. Sondern? Wird Supporter. Was? Wird doch Supporter. Wieso? Nee. Ich hasse es, anderen Leuten helfen zu müssen. Geht mir voll auf den Sack. Ich soll selber schauen, wie sie da hinkommen. Soll ich die Facken wieder wegmachen? Ist doch hell genug. Nein, das ist nicht hell genug. Okay. User, join your channel. Hallo. Hallo. Hi, Yannick. Brauchst du Melonen? Yannick? Was? Brauchst du Melonen? Ja, auf jeden Fall. That's what she said. Hui. Ich habe gehört, Hoden braucht auch Melonen. Nein. Okay. Mein Gott, tut dir nicht weh dabei. Geo 3 L kann man sich weh tun. Geo 3 kann man sich weh tun. Einer aus der Schule hat es mal geschafft, sich das ins Auge zu stecken. Einer aus meiner Klasse hat das damals in der Grundschule in den Hals gesteckt. Das war auch sehr praktisch. Ja. Die hat gekippelt und ist rumgefallen und dann, zack, hat es ein bisschen geblutet. Oh mein Gott, Stiftfeder, Stiftfeder, Stiftfeder. Hm? Ich hatte das falsch und dann sind alle voraus. Ja, man muss noch aufpassen. Die Stifte sind weg, komm, damit zeichne ich noch. Und dann helf mir, los jetzt, komm. Boah, was denn? Ja, hier das Aufdachlogen, also... Du musst ein Lied dazu singen. Oh, ein Schild. Dann ist so gut. Komm jetzt, wie willst du es denn hier haben? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, 3, 1. Ach, 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 ach. Hat einen an deiner Schule schon mal so gemacht? Und hat er sich ausgeschnitten? Ja! Ja! Ja wirklich! Nein! Nein wirklich! Hat's kaputt gemacht! Wow! Eine Tür! Oh wow! Kies! Oh wow! Nochmal Kies! Super! Passt so richtig! Das ist eine 3x3 Tür! Mit links und rechts oben und unten ein Loch! Ja! Toll! Passt ja zu mir auf der Klose, ne? Ja! Hallo, du wohnst immerhin in einem sehr schönen Haus, ja? Ja, super! Oh ja, super! Ja! Messe eigentlich ab und zu nochmal auf Timo, ja? Hm, ab und zu, wenn ich online bin und ich hier geschrieben hab, dass ich online bin und dann sagt sie, okay, komm und ich komm auch online und dann sind wir im Test und machen irgendeinen Scheiß. Oh, ihr müsst euch ja richtig lieben! Mhm! Tschüss! Siehst du, du hast es voll heimisch in deinem Obdachlosenheim, du hast keine Blume! Ja, eine blaue! Ja! Ich werde wohl diese Säule in meinem Haus mit integrieren. Was kannst du machen? Das mach ich ja auch! Ich hab' mir vorzuschreiben, was ich zu tun habe! Hm! Hm! Ich hab' irgendwas kaputt gemacht und... Werd' ich dir nicht raten! Sonst mach' ich dich kaputt! Hm! Aber, aber, ich mag dich da! Was ist das? Das ist Restorm-Technik! Okay! Okay! Und dass ich mein Haus nicht weiter unten habe! Hm! Ich will mal vor, sonst wär's kaputt! Hm! Hm! Mir egal! Hm, whatever you said! Ah, okay! Ich kann tun und lassen, was ich will! Uhu! Ich bin nicht AFK! Ich bin nicht AFK! Mega! Mega! Hey! Da ist Redstone! Wo sind deine Erze? Gleich da bei den Blumen! Wo sind die Blumen? Blumen sind da, wo Redstone ist! Ja, aber ich werde von den Erzen! So, Kohle, Eisen... Nix gibt's! Kohle ist da wohl ab, ist es! Nur ganz drunten! Da ist es Eisen? Eisen ist daneben! Mein Überschuss an Eisen! Hey! Hey! Schön! Schmeckert du schon wieder? Ich hab so Sachen reingetan! Ja! Hier nehm ich Sachen raus! Komme sofort! Ich wollte dir noch was klauen, aber ich weiß grad nicht mehr, was das war! Nein, nichts klauen! Ich bin sonst so traurig! Nach dir! Und so, jetzt hab ich alles geklaut, was ich brauche! Wie bist du denn überhaupt? Da oben warst du! Was hast du geklaut? Nichts! Blumen! Nein! Ich seh das! Ja! Dann wüsstest du ja was ich klauen habe! Dann hast du mit Sicherheit... Ich sag, Holz hast du geklaut? Ja! Hm, aber du hast anscheinend raffiniert genug und hast sie von hinten genommen! Hä, von hinten! Scheiße! Und... Ja, ja... Und Sandstein hast du genommen! Ja! Wie ich das seh, ha? Und? Was noch? Warte, lass mich kurz nachschauen, was du so alles verbaut hast! Nee, nee, nee! So nicht, mein Freund! Von dem einen muss ich, glaube ich, noch ein bisschen Material herstellen! Davon hast du denn leider nicht genug! Hm? 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 Hä? Was los? Wer ist gestorben? Kenn ich den? Will ich ihn kennen? Oder sie? Je nachdem, wen wir wieder nehmen! Ah! Grün Stained Clay! Dann hast du dir den geklaut und von dem hab ich nicht genug! Ja, hast du leider... ...neuen herstellen! Und deprimiert! Wie viel brauchst du denn noch? Bitte? Wie viel von dem grünen Stained Clay brauchst du denn noch? Der vierer, warte mal! Der vierer, warte mal! Das laggt! Ich brauch mal... ...zwei Stück! Wie viel, zwei Stück? Drei! Du hast dir alles genommen! Ja, aber warte, ich kann... War das Lime Green? Ja! Lime Green! Dann hab ich noch ein bisschen was! Jetzt brauch ich nur noch einen! Ah, ich hab nen Stack wieder gemacht! Okay! Einen brauchst du? Nium! Darfst du im Messer nur nicht erzählen, dass ich jetzt hier wohne? Oh, was ist das denn? Das wüsste ich auch gern! Hmhm! Ah! Ah, das war da, wo mein... Ja genau, hier kommt man bei dem Meinschaft-Chef wieder raus! Okay, voll! Hey! Entschuldigung! Baut die mich einfach zu? Ich dachte du bleibst da unten! Ja, logisch! Hm! Jetzt darfst du im Messer nur nicht sagen, dass ich hier wohne! Warum? Und wirst du sauer! Hm, nein! Einversichtlich! Hm, nein! Glaub ich nicht! Du bist unser adoptiertes Kind! Ja, super! Das Kinderzimmer! Ja genau! Wir spielen Mutter, Vater, Kind! Danke! Ja genau! Das sind Blöcke, die ich nicht mehr brauche oder nicht mehr einsortieren will! Ja! Nur weil ich hier jetzt wohne, bin ich nicht deine Hausname, ja? Aber du bist im Obdachlosen Asyl, also da ist das okay! Obdachlosen... Obdachlosen Kinderasyl! Boah, eh! Boah! Boah, eh! Boah! Auch wenn mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel die oberste Kiste gar nie aufsteht! Boah! 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 Boah, meine Haare! Warum bist du zerschwellt? Wie geht aber eigentlich? Boah! Die Küche, Keseecke... Boah! 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 Und Bloom! Und Bloom! Um meinen fetisch wieder auszuleben! Ja, natürlich! Und ich hab aus versehens einmal deine Kühe getötet, aber das war wirklich aus versehens! Was? Sie sind ertrunken! Frag nicht wie! Bitte! Wir sind ersaufen! Aber die Erztenschaltung ist nicht kaputt, oder? Nein, die ist noch heiler. Siehst du? Ich hab aufgepasst. Hast du ein Glück. Die mach nur ich kaputt. Oder Mongo. Oder Mongo, ja. Na, Mongo macht dann TS kaputt. Deswegen ist er nur gearbeitet worden. Ich hab's gesehen, ja, bei Doc McMailden. Ich bin übrigens...